Hallo, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Simon Lange und ich bin Mitglied seit bereits 2008. Meine aktive Zeit begann spätestens im Juni 2009. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Mal in offizieller Beauftragung, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und jetzt gerade bin ich allerdings etwas mehr im Hintergrund zugange. Das heißt, ich plane ganz konkret an inhaltlichen Aktionen der Partei mit. Ich berate halt immer noch den einen oder anderen, auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und ja, ich bin halt immer noch sehr aktiv. Das Besondere natürlich derzeit innerhalb meiner Crew, die oftmals zu kurz kam, weil ich im Bund immer sehr aktiv war. Und jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr bin ich halt massiv damit beschäftigt, meine Crew, die Konrad-Suse-Crew, wieder auf Vordermann zu bringen und auch mit aktuellen Themen zu bestücken und auch wieder attraktiver zu machen für andere Piraten. Warum ich diese Nachricht hier mache, hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Sehr häufig kommt mir über zig Ecken zu den Ohren, dass man über mich redet. Nach welcher Überraschung. Das ist ja ein generelles Problem bei uns in der Verzeih, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden, sondern auch übereinander zu reden. Und deshalb hier ganz klar mein Appell. Das ist der Sinn dieser Nachricht. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, nehmt euer Telefon und ruft mich an. Es ist so einfach. Auf meiner Wiki-Seite, bei unter wikipiratpartei.de, sucht einfach mal nach Simon Lange, da findet ihr seit 2009 übrigens meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse, meine Privacy-Box, mein PGP, Public Key, alle Möglichkeiten, selbst einen Link zur Zuse-Crew-Seite. Ihr könnt Kontakt aufnehmen. Also, wenn ihr ein Problem habt, ruft mich an, sprecht mit mir. Denn es ist Lichtjahre konstruktiver und Missverständnisse vermeidbarer, als zu twittern oder auf Mail-Listen zu schreiben oder sich zu empören. Und in diesen Empörungen geht es immer schon gleich los mit einer Unterstellung, einer Beleidigung. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wenn ihr schon mir gegenüber gleich mit einer Beleidigung, einer Unterstellung anfangt, was denkt ihr, in welchem Geiste das Gespräch geprägt ist? Das ist doch schon gleich negativ belastet. So kann man nicht miteinander reden. Ich komme doch auch nicht in eine Kneipe rein und sage, ihr seid alles Arschlöcher. Dann dürfte ich mich nicht darüber wundern, dass die Leute mich nicht toll finden. Genauso, wenn ich zu meinen Nachbarn gehe, ich klingel und sage, zu meinem neuen Nachbarn und sage, du bist ein dummes Arschloch. Dann wird der bestimmt nicht mehr mir gegenüber freundlich eingestellt sein. Und deshalb ist es total blöd, wenn ihr aufgrund von Hörensagen, also ohne euch ein eigenes Urteil gewöhnt zu haben, einfach Wertungen übernehmt. Das geht ja nicht nur für mich, sondern das geht generell für wen auch immer in dieser Partei. Es gibt ganz, ganz viele Leute in der Partei, die Opfer von solchen, muss man ganz klar sagen, gezielten Diffamierungen, teilweise schon Rufmord und überhaupt, nennt man sowas, Mobbing geworden sind. Darunter auch Leute wie jemand, der hat nur versucht, ein Portal für Wertschätzung zu machen. Also wir sind ein ehrenamtlicher Verein, eine auf Ehrenamt basierende Partei, das muss ich mal vorstellen. Andere Parteien müssen unendet Geld dafür ausgeben, all diese Manpower zu wuppen. Und wir haben das quasi kostenlos, alles auf Ehrenamt. Und unsere Wertschätzung liegt darin, dass wir noch einen Arschtritt geben, das kann es auch nicht sein. Unsere Wertschätzung sollte daran liegen, mal ein Danke, ein einfaches Danke würde schon helfen, viele, viele ehrenamtliche Helfer und Helfeshelfer zu motivieren, weiter für uns tätig zu sein. Und deshalb bin ich ein erklärter Feind von Praktiken, wie sie gerade wirklich an allen Seiten gehandhabt werden, wo man hingeht und ohne Ende Leute diffamiert, Leute quasi ihren Ruf bewusst beschädigt. Und bevor ihr, bevor du das auch so handhabst, frage dich doch, soll ich dieses zugetragene Werturteil übernehmen oder mache ich mir mal die Mühe und bilde mir mein eigenes Urteil. Nehm also ein Telefon zur Hand und ruf zum Beispiel, was mich betrifft, den Simon mal an und frage ihn, Hey Simon, ich habe gehört, du sollst das und das gesagt haben. Was hast du denn dabei gedacht? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, was ich mir dabei gedacht habe, wenn ich es denn gesagt habe. Es gab auch schon ganz viele Sachen, die mir unterstellt wurden, die ich gar nicht gesagt habe. Da werden Sachen gedeutet und diese Deutungen werden dann als Zitate weitergetragen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da fragt man sich ja schon wirklich, ob Leute noch wissen, was ein Zitat ist und was nicht. Und deshalb ist es wichtig, ruft mich an. Wenn ihr Bullshit über mich hört, ruft mich an, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Redet mit mir. That's simple. Und keine Angst, ich habe noch niemanden am Telefon in den Kopf abgerissen. Noch nie. Ich rufe Leute, wenn ich weiß, dass ich irgendwo Wiss gebaut habe, dann stehe ich dazu. Ich stehe immer zu dem, was ich sage. Es gibt so ein wunderbares, ich spreche mit einem spanischen Philosophen, der mal gesagt hat, nehme Verantwortung nur für das, was du sagst, aber nicht für das, was Leute verstehen. Am Anfang sage ich zu diesem Satz ein wenig kritisch, aber mittlerweile lebe ich danach. Und zwar deshalb, weil die Leute, die mir wohlgesonnen sind, die Leute, die sozial empathisch agieren und die nicht immer sofort vom Negativen ausgehen, die komischerweise verstehen mich fast immer richtig und mit denen habe ich auch kein Problem. Die würden auch nicht losgehen und irgendwelche Dinge über mich erzählen. Dann gibt es aber die Leute, die egal, was ich sage, egal, was ich tue, immer das Negative herauskristallisieren. Auch wenn es nicht da ist, dann wird es eben hineininterpretiert und dann das wieder rezitiert. Und so kommt es, dass dann Leute, die halt diese wiedergekäuten Statements bekommen, diese einfach nur übernehmen für sich und das dann ebenfalls wieder weitertragen. Und das ist natürlich eine sehr bequeme, aber sehr gefährliche Methode, denn man sollte schon eigentlich sich ein eigenes Urteil bilden. Und deshalb, wie gesagt, ruft mich an, nehmt direkt Kontakt mit mir auf, glaubt nichts, was man euch erzählt. Das sage ich mit uns auch meinen eigenen Kindern. Die sollen nichts glauben, was man einfach so erzählt. Die sollen sich immer ihr eigenes Urteil bilden und sollen sich aus allen öffentlichen Quellen selber informieren. So verrückt das klingt, aber genauso steht es übrigens fast drin im Artikel 5 Grundgesetz hinsichtlich der Pressefreiheit. Und ich würde so manchen Piraten empfehlen, diese in der Artikel 5 verankerten Rechte, sich dieser einfach mal haphaft zu werden und diese einfach mal zu nutzen. Informiert euch selber, am besten immer an der Quelle. Und wenn ich der Stein des Anstoßes sein soll in der Berichterstattung, die euch zugetragen wird, dann informiert euch bei der Quelle. Und das bin ich. Das ist nicht irgendjemand, der zu euch kommt. Womit ich gleich beim zweiten Ding bin. Wenn jemand zu euch kommt und euch sagt, wie kannst du Kontakt zu der Person haben? Das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch andere. Wie kannst du zu der Person Kontakt haben? Mit der reden? Der auf Twitter follow? Oder befreundet sein bei Facebook? Wie kannst du das tun? Und dann fragt euch, wie kann diese Person es wagen, euch vorzuschreiben, mit wem ihr Kontakt habt und mit wem nicht? Das ist doch mal die Frage. Wo ist der Respekt dieser Person euch gegenüber bezüglich eurer unabhängigen Handlungsrechte? Also ihr habt doch das Recht zu handeln erstmal wie ihr wollt, solange ihr niemandem dabei schadet. Das schöne Ansatz von Voltaire. Die Freiheit des Einzelnen erinnert an der Freiheit des Anderen. Ja? Also wie kommt so eine Person, so auf euch zuzukommen und euch derartige Unterstellungen zu machen? Oder so in irgendeiner Form von sozialemotionalem Druck euch auszusetzen? Da wird das ja noch überspitzt, so nach dem Motto, wenn du zu dieser Person Kontakt hältst, dann muss ich davon ausgehen, dass du dir die Ziele, die Erklärungen, die Statements, die Standpunkte dieser Person zu eigen machst. Was natürlich totaler Unsinn ist. Ich habe Kontakt zu einer Vielzahl von Piraten. Viele davon im Amt, viele davon im Mandat, viele davon auch jetzt gerade Kandidat. Gute Freunde von mir. Und ich kann euch sagen, die haben nicht immer dieselben Ansichten wie ich. Ich streite gerne und jeder von denen kann das gerne bestätigen. Ich nenne jetzt allerdings konkret keine Namen, weil ich das vorher mit denen nicht abgesprochen habe. Aber diejenigen, welchen, werden jetzt wissen, dass sie angesprochen sind und werden das wahrscheinlich auch bestätigen innerhalb ihres sozialen Umfeldes. Das heißt, wer mich kennt, kennt mich als jemand, der gerne diskutiert, der offen für Argumente ist, auch für absolut andere Standpunkte. Und dabei ist es mir auch völlig egal, ob jemand, um es auch mal konkret zu sagen, mir ist es völlig egal, ob jemand ein uralter Altkommunist ist, ein Stalinist ist, ob er völlig wurscht, irgendwelche Ismen glaubt, es wird völlig wurscht, soll er sein. Ja, Piraten standen immer für Pluralität. Ja, und in jeder Partei, auch in der Altpartei, gibt es immer bestimmte Flügel. Die sind halt teilweise extrem konstruktiv, teilweise sogar schon rechts, es gibt auch extrem linke Flügel, teilweise sogar schon Ultras, wo man denkt, so mein Gott, oh Gott. Aber all das gibt es. Und trotzdem existieren die weiter. Und es kann doch nicht sein, dass gerade die Partei, die sich sogar ausdrücklich den Pluralismus auf die Flaggen geschrieben hat, damit ein Problem hat. Wir sollten uns nicht von Minderheiten und von absoluten Minoritäten die Richtung diktieren lassen. Egal aus welcher Richtung, egal aus welcher Flügel-Fraktion das kommt. Ja? Wir sollten meinetwegen mit ihnen diskutieren, sie vielleicht auch umstimmen mit guten Argumenten. Das wäre doch mal ein demokratischer Ansatz. Worauf wir achten sollten, sind also nicht Meinungen oder abweichende Meinungen, sondern worauf wir achten sollten, sind Methoden. Und was Methoden angeht, da haben wir in dieser Partei ein echtes Problem. Denn wir haben Methoden in Form von Bevormundung, Verleumdung, Diffamierung, sprachlicher Gewalt, taterlich sogar physischer Gewalt, Erpressung, Nötigung. Und das sind alles keine Hirngespinze und Verstörungstheorien. Ich habe massenhaft an Beweisen, einstattlichen Bezeugungen, Sachbeweisen wie Mailverkehr etc., die das belegen. Und es wäre eigentlich ein Organ, dagegen vorzugehen. Jeder von uns, ich denke ihr auch, würde erwarten, dass wenn in eurem Landesverband, Kreisverband, whatever, derartiges vorgeht, dass nach Kenntnisnahme das höchste Organ eurer Gliederung dagegen vorgeht. Unabhängig, ob die jeweilige Person ein Freund oder ein Feind ist, in Anführungsstrichen. Sondern hingeht und der Sachverhalt klärt. Objektiv, möglichst objektiv, so gut es eben geht. Das ist auch der Grund, warum wir einen Vorstand haben, der nicht aus einer Person besteht, sondern aus mehreren, damit eben möglichst objektiv auch erreicht werden kann. Weil das für eine Person natürlich alleine schwerer ist, als das für eine Gruppe von vielleicht vier, fünf Personen. Genau nämlich, um halt Vorteilsnahme zugunsten einer Person, weil Freund, zu vermeiden. Und es ist wichtig, dass da die Organe aktiv werden. Quasi, dass wir den Prozess der innerparteilichen Heilung unterstützen und ihn nicht noch gefährden und noch alte Wunden wieder aufreißen oder konstant Wunden vom Verheilen abhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr als Mitglieder damit anfangt. Wenn die Organe sich hinbekommen, lebt ihr es vor. Sprecht an, wenn euch jemand anspricht und sagt, wie kannst du mit dem Kontakt haben. Dann sagt dieser Person auf den Kopf zu, wenn du noch ein einziges Mal mit einem derartigen Anliegen auf mich zukommst, ich soll den Kontakt mit einer Person abbrechen, dann werde ich den Kontakt mit dir abbrechen. Denn ich als Pirat lehne jegliche Art der sozialen Bevormundung komplett ab. Niemand hat das Recht, mir vorzuschreiben, mit wem ich zu kommunizieren habe und mit wem nicht. Wo sind wir denn bitte? Wir haben Grundrechte. Und eines der Grundrechte ist unter anderem auch, dass ich mich in meiner persönlichen Entfaltung nicht zu rechtfertigen habe. Und wenn es dazu gehört, meine persönliche Entfaltung mit bestimmten Personen zu kommunizieren, dann ist das mein Recht, mein Grundrecht. Und wer bist du, mein Grundrecht zu beschneiden? Nur weil dir irgendwas nicht schmeckt? Und oftmals ist es bei solchen Leuten auch so, dass sie die jeweiligen Personen nicht mal kennen. Und eben weil sie die Person nicht kennen, glaubt solchen Sachen nicht. Macht ihr eigenes Urteil. Redet mit den jeweiligen Personen. Wenn sie über mich reden, redet mit mir. Versucht Kontakt aufzunehmen. Und im Zweifelsfall glaubt der Sache eben nicht. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Und letztes Wort zur Konrad-Zuse-Crew. Was ich besonders perfide finde, ist, wenn Leute dann plötzlich gegen meine Crew schießen. Denn die Crew hat nachweislich noch nie jemandem was getan. Was hat diese Crew bisher geleistet? Sie hat maßgeblich im Bundestagswahlkampf 2009 an vorderster Front wahlkampf mitgemacht. Wir haben riesige Aktionen gewuppt. Wir haben unter anderem auch Räumlichkeiten und Plätze für Wahlkampfveranstalten, für größere auch, die auch in der Presse nachher wieder waren und zwar sehr gut ankamen, haben wir uns um Lokalitäten gekümmert. Wir haben ganz viele Sachen gemacht. Wir haben Straßenwahlkampf gemacht, wir haben Kiez-Spaziergänge gemacht, wir haben Stände gemacht. Wir haben Plakate gehängt, wieder abgehangen bei Wind und Wetter, bei Regen, bei allem. Und wir haben immer der Partei geholfen, wo wir konnten. Auch jetzt gerade sind wir immer noch dabei, für die Partei Aktionen anzuleiern. Wir haben auch in den letzten Kampagnen oder auch laufenden Kampagnen sehr häufig für die Partei Aufgaben übernommen und haben Sachen sehr konstruktiv nach vorne gebracht. Und nur wegen, weil bestimmte Personen innerhalb der Partei einige Mitglieder unserer Crew, vielleicht auch mich, nicht mögen. Warum auch immer, ich habe ja gerade darüber gesprochen, kann es doch nicht sein, dass man eine ganze Gruppe plötzlich irgendwie diffamiert. Ich meine, ich bitte euch, wo sind wir denn? Ihr dürft gerne mal nachgucken. Geht doch mal auf zuse-crew.de und lest, was dort steht. Also da werdet ihr nichts finden, dass Leute Atomilum angegangen werden. Da werdet ihr nichts derartiges finden. Ja, nichts. Das ist ganz bewusst dort nicht erlaubt. Selbst wenn innerhalb unserer Crew Anliegen kommen, ich möchte ganz gerne dem den Artikel schreiben. Da sage ich als Chefred nicht selten, sorry, mach das bitte auf deinem Privatblog. Wenn du das in dem Metathema daraus machen kannst, wo du deinem Flissmuster aufzeigen kannst, das auch belegen kannst, dann kannst du da gerne einen Artikel zu schreiben, aber alles andere hat da nichts zu suchen. Ja, ich schreibe meine privaten Blog-Porträge auch nicht auf der Zuse-Seite. Die schreibe ich auf meinen eigenen Blog, Simon Lange EU, weil ihr mal da gucken wollt. Also in anderen Worten, es gibt keinen Grund, gegen die Crew zu feuern. Die Crew ist euer Freund. Sie ist die älteste Crew Berlins, wenn nicht sogar der Partei. Viele Crews in Berlin sind unsere direkten Abkömmlinge. Da müsste man sich ja mal gleich fragen, wenn wir so böse sind, was ist mit unseren Abkömmlingen? Aber da sei dahingestellt. Oder sind Crews, die deutlich nach uns gegründet wurden. Und wir verkörpern nach wie vor das ITQ-Konzept. Das heißt, ein sehr lockerer Umgang. Es soll halt eine maximale Partizipation möglich sein. Das heißt, bei uns darf wirklich jeder vorbeikommen. Hey, wir hatten sogar schon Leute von der CDU hier. Wir haben eigentlich Euderika schon hier gehabt. Wir haben Leute gehabt, die für den Weltfrieden eintreten wollten. Nämlich verrücktesten Figuren schon da gaben. Philosophen haben wir auch regelmäßig mal da. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich für jeden offen und diskutieren trotzdem mit den Menschen. Auch wenn wir eigentlich ihre Standpunkte ablehnen, wie wir zum Beispiel hatten, als die CDU hier war. Aber die haben sich zum Beispiel sehr gut verhalten. Und wir hatten auch eine sehr konstruktive Diskussion mit denen. Natürlich sind wir weit davon entfernt, deren Standpunkte zu übernehmen. So wie die wahrscheinlich auch meinen, davon entfernt sind unsere Standpunkte zu übernehmen. Aber es war einfach mal ein interessiertes, gegenseitiges Kennenlernen im Kiez hier. Und genau das würde ich vielen wünschen, dass viele einfach mal über die Tellerrand schauen. Weil wenn man sich immer nur in einem eigenen Peergroup bewegt, dann kann man ganz schnell den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren. Und deshalb, habt ihr ein Problem mit mir, ruft mich an. Habt ihr ein Problem mit der Zuse-Crew, kommt vorbei, informiert euch. Aber glaubt nicht jeden Scheiß, der euch zugetragen wird. Und schon gar nicht von Leuten, die weder die Crew kennen, die noch nie hier waren, die mich nicht kennen, die mit mir noch nie gesprochen haben, glaubt ihnen nicht. Und was Twitter angeht, Leute, Twitter ist ein Trollmedium. Wer komplette Diskussionen auf ein Trollmedium verlangt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Allein schon, dass man jeglichen Sachverhalt, die man vernünftig ausführen will, in 140 Zeichenhäppchen quasi verpacken muss, ist absolut untragbar. Weil wer da mir, jetzt mal sprichwörtlich gesprochen, das Bein pinkeln möchte, dem ist das ja super einfach gemacht. Wenn ich zum Beispiel einen Sachverhalt für mich darlegen möchte, brauche ich ja mindestens vier, fünf Tweets. Das heißt, er nimmt da einfach einen raus, der ohne den Kontext der anderen Tweets natürlich völlig bekloppt aussieht. Und dann wird der Komplett in den Stellen einfach weitergetragen. Und er wird interpretiert. Da hat er mit das und das gemeint, ganz böse. Und was übrigens diese besondere Aufmerksamkeit gegenüber meinen Personen angeht, jetzt kommt etwas, das eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sagen muss, aber ich bin ein ganz normaler Basispirat. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin eine Privatperson. Ich bin nicht von öffentlichem Interesse. Bin ich nicht. Null. Ich bin also vollkommen im Genuss meiner Persönlichkeitsrechte. Und wenn ich am Stammtisch, nennen wir es mal, um eine Analogie zu einem Tweet zu nehmen, ohne sich ein Hashtag verwende und so weiter, als quasi nur meine kleine Mini-Mini-Mini-Peergroup, wenn ich in diesem Rahmen mit dem anderen Piraten kommuniziere, dann geht das genau die Leute an, die in diesem Tweet benannt sind. Niemand sonst. Und schon gar nicht die Partei. Denn auch wenn ich Mitglied in einer Partei bin, habe ich nicht eine Bestellungsurkunde unterschrieben, welche die Partei zu meinem Vormund macht. Und das gilt auch für euch. Die einzigen, die sich messen lassen müssen an dem, was sie schreiben, und zwar egal wo, ob in Twitter, Mail, wo auch immer, sind die sogenannten Repräsentanten. Also Beauftragte, Amtinhaber, Mandatsträger. Diese drei müssen sich messen lassen. Also meinetwegen noch Funktionsträger, aber die sind in der Regel auch beauftragt. Siehe zum Beispiel Sicherheit am BPT. Das ist dasselbe in Grün. So. Und nur die müssen sich in irgendeiner Form nachher rechtfertigen, mit dem, was sie tun, sagen. Also, in diesem Sinne, ruft mich an, wenn ihr ein Problem habt. Und bitte arbeitet in euch. Ich arbeite auch an mich. Also bis dann. Ciao.